Musik Ich hab euren Handy-Gutschein mitgebracht für die Drop the Bomb am kommenden Samstag. Den verlosst ihr doch. Das ist aber schön. Und wie kann man den gewinnen? Warte, ich erklär's dir gleich. Hallo lieber Drop the Bomb-Besucher. Jetzt werde ich dir erklären, wie du diesen 200 Euro Gutschein gewinnen kannst. Zu meiner Linken und zu meiner Rechten machen meine beiden Freunde das schon sehr gut vor. Und zwar, am Samstag im Vollrausch wirst du einfach einem Partner deiner Wahl ein lustiges Tattoo auf den Armen malen. Und von einer hochkreativen Jury wird das dann bewertet und das beste Tattoo gewinnt. Also lasst eurer Fantasie frei laufen. Musik Also wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das genauso gut sehen wir uns auf der Drop the Bomb am Samstag, um den Teppel-Gutschein zu gewinnen. Musik Musik Ich hab meinen Teppel-Gutschein auch geholfen. Musik Ich hab meinen Teppel-Gutschein auch geholfen. Musik Ich hab den Teppel-Gutschein zurück. Musik Musik Ich hab euren Teppel-Gutschein mitzimpern. Musik Die Fortschrecher-Gutschein macht den Teppel-Gutschein auf den Vordergrund. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.